Hallo! Im heutigen Video werden wir sehen, wie man die Motorhaube unseres Kia Rio 2022 öffnet. Links unten am Lenkrad sehen wir einen Hebel mit einem Bildchen von einem Auto. Wir müssen einfach daran ziehen. Und jetzt gehen wir nach draußen und ich erkläre, wie man es zu Ende öffnet. Sobald ihr den Hebel betätigt habt, öffnet es sich ein wenig genau über dem. Und es ist sichtbar, aber es gibt einen Hebel, den man nach links bewegen kann. Er hat sich gerade geöffnet und das war's. Ihr stellt es ein. Den nächsten Stab stellt ihr dorthin und dann wäre es perfekt geöffnet und befestigt.